Was sollte das, Alter? Wie fährt der? Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist der Tag der Tage. Das Abo-Treffen in Hannover findet statt. Wir fahren schon gerade von mir zuhause los mit sieben Leuten, also sieben Leuten und sieben Motorrädern. Wir fahren jetzt erstmal kurz tanken und dann von der Tankstelle aus fahren wir nach Melle mit den Leuten, die dann alle mitfahren wollen nach Hannover. Keine Ahnung wie viele das sind, ein paar wollten auf jeden Fall hinkommen. Da wollten wir uns nämlich um Elbe treffen. Ja, dann freue ich mich mal, wieder ein paar Leute zu sehen, ein paar Leute wiederzusehen, neue Leute kennenzulernen. Genau, das war's. Oh Mann, jetzt kann ich den nicht überholen. RIP! Nein, das ist unser Safety Car. Der Renault Kangoo ist unser Safety Car. Hallo! Hallo! Oh! Hoppa! Vollidiot! So, Tankstelle ranfahren! ja hallo du musst nicht tanken so wir haben vollgetankt und jetzt geht es noch zum treffpunkt bei mcdonald's ich bin so gespannt ob da welche sind oder wie viele da sind die mitkommen bis nach hannover gespannt wie ein flitzebogen bin ich da hinten sieht man schon das meckes schild nur noch wenige meter bis zum ziel so jetzt bin ich jetzt bin ich aber gespannt da noch mal das meckes schild ich bin aufgeregt irgendwie bin ich aufgeregt ob da wohl welche sind ich sehe welche oh mein gott oh mein gott da sind welche da sind welche da sind ja richtig viele die da mitkommen wo stehe ich mich hin wo stehe ich mich hin hallo boah okay ist richtig warm ne oder oder richtig warm ne warme was gut also nach guter ist tschüss und ja ich finde schon mal gesehen ich habe auch schon gesehen ich habe auch schon gesehen irgendwie schon mal gesehen glaube ich kann das sein schon mal gefahren in mitten mit der vmc hi 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 hier kann ich weitermachen ich bin durcheinander ja hier ganz hinten du warst mit der ne war zufall dass du an der tankstelle warst dann habe ich euch gesehen und dann dachte ich mir so nee mann an haus geht nicht bin ich einfach tank gefahren dann sehe ich wir kommen dahin ach den kenne ich doch ja moin sind fährst du nicht mit schade ja und dann nach hannover mal gucken wie viele da noch so ich hoffe das klappt alles hier wir sind jetzt losgefahren ich bin so gespannt ob das alles so funktioniert wir sind auf jeden fall ganz schön viele mehr als ich gedacht habe die hier mit losfahren nach hannover ich hab gar nicht nachgezählt so 20 sind wir schon kommt schon gut hin alter was was wie war mein navi sagt mir nichts mehr mein navi sagt mir nichts mehr ich habe kein navi mein navi hat den geist aufgegeben irgendwie höre ich das navi nicht mehr weil ich gerade einmal auf nadine gewechselt habe gegen dein navi geht das noch geht dein navi noch du hast kein navi an oder ich muss gleich irgendwo mal kurz anhalten um das wieder zu fixen ich suche eine gute stelle dann müssen wir den einen klein weiter nach vorne sozieren ja macht regelt ein ding gerade dass die nach vorne kommen muss ich gucken dass ich irgendwie irgendwo ein riesen parkplatz wo ich anhalten kann brauche ich warte mal warte mal hier kann ich drauf fahren hier kann ich drauf fahren kriegen alle platz ich brauche gerade einmal scheiß navi und so ich bin weg nadine ich muss gerade aber mein navi hat den geist aufgegeben warte mal du hast navi auch ne ja ich muss mal tauschen wäre glaube ich gut ich block hier und du navigierst also schön langsam fahren ne und die ampel ist perfekt rot krass ja 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 Sascha blockt Das macht voll Spaß, ich kann voll mal an Alex, ist der Winkel passend von der Kamera? Ja, der passt genau dem richtigen, keine Ahnung, ich glaube ja, es sieht gut aus Müsste passen, ne? Bauchgefühl Sachen, ja Ist die Kamera an? Was? Kamera an? Ja Dings, Mikro steckt hier drin? Ja, ne? Puh Hallo Hi Wo ist das hier? Hier? Achso, man kommt nicht da rein? Ja, man kommt hier nicht rein Motorräder am besten schöne Reihe bilden, oder? Ja Ja Ja, so ein bisschen schräg Ja So wie wir hier So Ja, so ein bisschen hier Und da wollte ich eigentlich rein, achso Ja Ja Sind die da jetzt alle schon in dem Gelände drin? Nein, ne? Boah, ich schwitze wie Sau, ne? Ich bin schon hier, deswegen weiß ich nicht, wie man hier lang wird Achso Das hab ich mir schon fast gedacht, der Weg ist echt... Ja? Boah, ist denn das warm Arschmatter 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 Alarm Aber wo ist das? Alle schön hinstellen? Sieht doch schön aus Nadine, du bist ein bisschen langsam Ich hab mir Schuh gefunden! Ich bin der Lerner Neben gehört der Schuh, probier's mal Aha Guck mal, warum hat dein Kopf ein Geselle? Von Anfang an Ja Ich hab den so gekauft Hallo Freunde Oh, freuen sich nicht so, weil Ich glaub, die kennen mich alle nicht So, ich tu mal meinen Helm absetzen Boah, es ist warm, man Oh, mein Neutraler ist drin Oh, mein Neutraler ist drin Guten Tag, der Herr Boah, es ist so warm Ich geh ein Wie sie hoch machen Viel zu warm Hallo Hoi So laut So laut Marco Wir haben einfach ein Safety Car Ja Ja Ey, wir hätten an das Auto eine Drohne dran machen Äh, eine Kamera dran machen müssen Alter, statt einer am Fensohn Ey Wir hätten an das Auto eine GoPro dran machen müssen Was? An das Auto eine GoPro nach hinten Ja, ja Ist wär mega geil geworden Boah Alter Sick Unser Safety Car geleitet uns nach McDonalds Ist auf jeden Fall sauber so Das Video wird ein bisschen zusammengestückelt aus verschiedenen Sachen Ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel Geil Jetzt hufen alle das wäre geil oder? hier ist ne tankstelle oh fuck man nee fahren wir lieber da lang er weiß warum ich hab meine Entwickler nicht drin besser ist es, ne? ich dachte an scheiße hey, da fahren wir nicht drauf nein, nein, auf keinen Fall was? echt? mein herz was? Polizei oh Alter, wie viele warum sind hier so viele Bullen? hopp, 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 hopp warum sind hier so viele? wahrscheinlich wegen dem Fahrrad schon alter scheiße, was? nein, das macht alles langsamer ey, ganz langsam anfahren ja, trotzdem laut was sollte das alter? wie fährt der? jetzt fährt er hinterher Alter, was macht der da? Junge total geisteskrank ey, was ist mit dem falsch? behindert einfach wieso fährt man so, alter? der ist rechts und dann wieder direkt links alter selbst mit dem Motorrad ist das geisteskrank so zu fahren sondern mit so einem fetten Auto ey manchmal frage ich mich einfach ob bei den Leuten noch alles frisch im Kopf ist, ne? wenn man sieht wie solche Leute fahren ist ja jetzt nicht so wir sind ja schon extra auf der ganz äh auf der ganz rechten Spur gewesen, ne? dann braucht der doch nicht in dem scheiß Einfädelungsstreifen zu überholen der ist der ist komplett geisteskrank der Typ ey Schleimer 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 1,56 Euro 1,56 Euro Schleimer Ich werde arm Schleimer 1,56 Euro Alter Alter, wie dicht der gerade vorgezogen ist so im Einfädelungsstreifen ist er von der ganz linken rüber, alter wie behindert kann man sein so, das reicht ja ich tank nicht ganz voll ist halt so ich tanke nicht ganz voll, alter 1,56 Euro ja ich habe nicht annähernd vollgetankt ich glaube ich beende das Video lieber an dieser Stelle weil das ist der letzte GoPro Akku und ich habe irgendwie Angst dass der gleich den Geist aufgibt jeden Moment ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn das der Fall ist lasst mir doch einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen dann sehen wir uns beim nächsten Motovlog Leute Tschüssi